Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 28. Mai mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Ab heute brauchen wir bei uns in Essen keinen negativen Corona-Test mehr zum Shoppen. Die Innenstadt war deshalb heute ganz schön voll. Wir von Radio Essen waren vor Ort und haben uns das Ganze mal angeschaut. Es hat nämlich einen ganz schönen Ansturm auf die Geschäfte in der Innenstadt gegeben. Wir hören mal rein, wie es heute Nachmittag dort aussah. Infos von Radio-Essen-Stadtreporter Fabian Schulenkopf. Es ist fast wie an einem normalen Samstag in der Innenstadt. Die Straßen sind voll und die Gesichter unter den Masken zufrieden. Und insbesondere vor den Schuh- und Modegeschäften haben sich zum Teil lange Schlangen gebildet. Damit es in den Geschäften nicht zu voll wird, haben viele die sonst offenen Eingänge mit Kleiderständern abgesperrt. Damit es auch auf den Straßen zu keinen Menschenansammlungen kommt, fahren Ordnungsamt und Polizei Streife und machen die Leute mit Lautsprecherdurchsagen darauf aufmerksam, dass sie doch bitte auf die Abstände achten sollen. An einem anderen Ort will die Stadt verhindern, dass es zu einem ähnlichen Ansturm kommt. An diesem sonnigen Wochenende soll ein Ansturm auf den Baldeney-See verhindert werden. Deshalb sind heute, morgen und übermorgen einige Bereiche rund um den See gesperrt. Unter anderem kommen AutofahrerInnen nicht auf die Freiherr-vom-Stein-Straße, wenn dort alle Parkplätze voll sind. Das gilt auch für den Parkplatz an der Regattastrecke. Die Straße zum Haus Scheppen in Fischlaken und zum Parkplatz an der Landfermann-Fähre in Heisingen werden ganz gesperrt. Die Stadt kündigt außerdem an, dass rund um den See am Wochenende strenger kontrolliert wird, ob sich alle an die Corona-Regeln halten. Wo wir gerade eben schon über das Thema Innenstadt gesprochen haben, passt auch dieses Thema ganz gut da rein. Die Pläne für das ehemalige Kaufhofgebäude am Willy-Brandt-Platz in der Innenstadt stehen jetzt fest. Das Gebäude soll eine geschwungene Fassade in Natursteinoptik bekommen und nahezu komplett mit Glas überdacht werden. So soll möglichst viel Licht in das Gebäude fallen. Unten sollen dann ein Supermarkt, eine Drogerie und mehrere Restaurants und Cafés einziehen. Oben entstehen Büros. Bis es soweit ist, dauert es aber noch etwas. Gerade wird das komplette Gebäude noch entkernt und dann umgebaut. Mitte 2023 sollen die ersten Restaurants und Cafés einziehen. Wie das Gebäude dann aussehen soll, könnt ihr euch anschauen und zwar online auf radioessen.de. Wer am Wochenende über die A40 fahren möchte, der muss seinen Weg ein bisschen umplanen, denn die A40 ist auf Höhe Mühlheim wieder über das gesamte Wochenende dicht. In Höhe Mühlheim wird weiter der Einbau von zwei Ersatzbrücken vorbereitet. Die Sperrung startet heute Abend um 20 Uhr und geht bis zum frühen Montagmorgen. Mitte August wird die A40 dann nochmal gesperrt. Dann werden die beiden Brücken endgültig eingesetzt. Die bisherigen Brücken sind bei einem Tanklasterbrand im September so stark beschädigt worden, dass sie abgerissen werden mussten. In und um Katernberg kann es am Wochenende zu Problemen bei der Ruhrbahn kommen. In der Hanielstraße ist ein Wasserrohr geplatzt. Die Ruhrbahn kann deshalb nur ab und bis zum Abzweig Katernberg fahren. Außerdem gab es dort heute eine Sperrung. Ein Fahrzeug ist in die Oberleitung der Ruhrbahn gefahren. Die Straße Schonnebeckhöfe war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Auch hier gab es Verspätungen und Ausfälle. Die nördliche Innenstadt wird an diesem Wochenende deutlich bunter. Dann werden zwischen dem Kopfstadtplatz und dem Weberplatz insgesamt 60 Blumenkübel aufgehängt. Das Geld dafür kommt von den Läden und Bewohnern dort. Gerade jetzt wollen wir farbenfrohe Akzente setzen, sagt der Besitzer des Taschenladens an der Vierhofer Straße. Und der Chef vom Turok sagt, die Blumenkübel machen noch keinen Sommer, aber sie können Mut machen. Und das war überregional wichtig. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer auch für Kinder und Jugendliche freigegeben. Die Voraussetzung ist, dass die Kinder und Jugendliche mindestens zwölf Jahre alt sind. Es ist die erste Empfehlung für einen Corona-Impfstoff für Kinder unter 16 Jahren. Für uns in Deutschland bedeutet das, dass Kinder und Jugendliche einen Corona-Impftermin ausmachen können. Das geht ab dem 7. Juni. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Sommer scheint nun endlich auch bei uns in Essen angekommen zu sein. Es bleibt auch am Abend mild und trocken. In der Nacht kühlte sich ein bisschen ab auf bis zu 7 Grad. Morgen geht es dann weiter mit dem sonnigen Wetter. Wir bekommen bis zu 21 Grad und das gesamte Wochenende bleibt sommerlich schön. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de Und überall da, wo es Podcast ist.